Hey Leute, hier ist der Alde Ma. Zurück mit DisMantle, dis, dis, oder, äh, das Mantle, ähm, M. Terminal, da sollen wir hin. Achso, das sind die verschiedenen... So, da wollte ich hin, Link Relay. Wir sind bis Maximum Gas gekommen, da wollte ich nochmal hin, also wir gehen jetzt hier hoch, nochmal durch den Wald. Und dann nochmal da hin. Und hier in dem ganzen Wald war ich auch noch nicht, und da ist auch ein Tomp, und da ist eine Arena, das interessiert mich gar nicht. Los geht's. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Zombies nochmal klatschen. Danke für das Plastik, ihr kleinen, blöden Zombies. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ach, guck mal, man kann doch drum herumlaufen. Och, da hab ich doch extra geworfen, das gibt's doch nicht. Ich muss nochmal wieder warm werden hier. Ich will halt immer feste schlagen, aber manchmal macht er das nicht. Ich weiß auch nicht genau, warum er das nicht macht. Äh, Maximum Gas. Und? Halt! Oh! Das haben wir noch nicht. So, das alles einsammeln. Ach, das gibt's doch nicht. Mann, da hab ich mich extra ran geschlichen. Oh, hier ist meine alte Leiche. Das können wir uns mal wegbringen. Weißt du, jetzt könnte man gut irgendwie Sachen zum Heilen gebrauchen. Weil Wir können jetzt einfach mal Looten, 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 looten. Heilen, heilen, heilen. Nicht schlafen gehen. Nicht sterben, wär auch gut. Dann müsste das gehen. Aber Crafty kann ich nicht so, ne? Doch, Item ist Special Item. Item, Special. Wie sieht's denn aus? Oh, das ist gut. Okay, jetzt nehmen wir wieder das Messer. Rechtsklick, Entschuldigung. Rechtsklick. Ich kann doch noch mal die Brechstange nehmen zum Dismanteln. Wir machen aber erstmal die Zombies tot. Maximum Gas Station. Maximale Gas Station. Müsst du vor allen Dingen erstmal das Zeug aufsammeln. Hehehe. Ach, scheiße. Endlich. Oh, nein. Ach, komm schon. Ach, Gott sei Dank. Okay, ist frei. Nehme ich jetzt mal wieder die Brechstange. Craft. Ach, guck mal. Ach ja, stimmt ja. So, jetzt können wir eigentlich auch Bandagen mal. Increased number of uses. 12 zu 3. Aber wir können keine neuen machen. Adds one new ingredient Slot, which others cooking Rezepte. Fabricke. Einmal haben die Kiste geöffnet. Wir gehen, das Zeug erstmal wegbringen, oder? Wir müssen aber mal ein Auto haben können. Evakuationszeit. Mann! Ich wollte doch gar nicht. Können wir mal hier lang gehen. Das geht nicht. Bäume kaputt machen geht auch nicht. Oh, da ist was drin. Oh, das ist Benzin. Normalerweise sind die auch explodiert. So, dann machen wir mal ein bisschen was kaputt. Äh, ich muss mich angewöhnen, endlich die Maus immer nur zu drücken. Nicht immer drauf zu klicken. Okay, sonst dann nix. Okay, so. Dann haben wir maximum Gas. Dann haben wir hier noch Stein, Stein, das sind Autos. Komm, wir gehen mal da hin. Da, wo das Relay ist, da wollen wir jetzt hin. Lebensenergie ist okay. Da sind Eier. Eier. Da oben ist auch bestimmt ein neues, ähm... Oh. Ja, wir haben ja schon welche gefunden. Das geht für mich. Genau. Also wenn es anvisiert ist, dann kann ich den Schlag machen. Aber nur dann... Oh, hallo. Gather. Berries. Haben wir auch schon mal gefunden, glaube ich. Kommt mir sehr bekannt vor. Okay, was haben wir hier? Was ist das? New Monster Slain. Pike Ball. Level Up. Ach, guck mal, das hätte ich auch sprengen können. Ein Reifen. Oh, das ist gut. I should return to camp vorher. Nö, nö. Ich level hier auch so weiter. Wir kommen wieder. Keine Sorge. Was ist das denn da? Beton oder so? Alter, guck mal, selbst Wände kann man zerstören. Ja. Toxic. Keep out. Okay, ja, ja. Zu viel dazu. Äh. Einmal rum. Ja, wir sehen uns einen Umweg angehen hier. Oh, Pilze. Das ist auch gut. Da geht's da hin. Guck mal, wir könnten von hier aus auch in andere Gebiete gehen. Oh, guck mal. Ist das gut oder ist das gut hier? Alter, guck mal. Investigate. Farm Basics. Farming should be looking into growing crops and can accept. Geil, das ist ne Quest. Hier ist auch ein Campfire. Geil, unsere erste Base. Corn Cop. Mal ein Rezept, ne? Hier sind noch mehr Corn Cops. Machen wir es erstmal an, ne? Link Relay. Snowback Online. Three more to go. Und wir können auch davon... Quick Travelen irgendwann mal. Oh, das explodiert nicht, weil ich will auch nicht, dass ich meine Farm jetzt... explodiert. Das ist bestimmt irgendwo ein Geheimgang oder so. Na gut. Machen wir mal an. Aber er übernachtet da jetzt nicht direkt, ne? Sehr schön. Also. Corn. Corn. Ah, hier. Tomato Seed. Wir machen erstmal nur Tomatoes, würde ich sagen. Links klicken. So. Und einmal... Wie ist das hier so, ne? Corn Kernels. Ja. Komisch. Oh. Mais. Hier ist nur Corn. Corn? Okay. Dann gehen wir nochmal zur Beistange wieder. So. So. Das machen wir auch noch nicht. Ja, Holz brauchen wir... Äh... Achso. Ihr könnt mal kochen. Corn Cop. Fünf Max Hit Points. Es ist doch Maximal Hit Points. Das... Das macht das doch, oder nicht? Neun Stück brauchen wir dafür. Okay. Okay. Vielleicht müssen wir das doch machen. Na toll. Oh, Halt! Oh, ich wollte searchen. Ich glaube, das fällt dann einfach raus, oder? Oh, Fabrik. Das ist gut. Fabrik. Bestimmt auch Fabrik hier. Fabrik. Sehr gut. Hier sind bezogen, die Stühle. Da gibt es bestimmt auch Fabrik. Sehr gut. So, dann können wir das mal einlösen. Warte mal. Ich meine, wir könnten eigentlich jetzt schon schlafen gehen, weil ich will nicht mehr zurückgehen. Aber ich will hier in dem Haus Scherriss einsammeln, weil da ist immer ein Zombie drin. Ich will hier in dem Haus Scherriss einsammeln. Ich will hier in dem Haus schlafen. Ich will hier in dem Haus Scherriss einsam. Cooking Stand, Basic Lockpick. Können wir machen? Ne, noch nicht. Entschuldigung. Äh, Kaffee. Können wir machen. Painkillers können wir machen. Carmon... Carmonetting? Mesh getting made to resemble foliage useful for hiding one's presence. 15% enemy view range. Äh, Fabrik brauchen wir. Kaffee-Thermos-Kanne. Für schneller laufen. Dann machen wir die Hole. Ich meine, ich hab jetzt noch ein bisschen Korn, was wir pflanzen könnten. Ähm. Hab ich schon gedacht, dass das hier ist. Angeln haben wir auch noch nicht probiert. Ho ho. Ho ho. Ho ho. Ho ho. Jetzt haben wir mal was, was wir brauchen. Dann bauen wir wieder... Ach ja, dann könnt ihr ja satt zwei Sachen mitnehmen. Kommt da auch Blätter raus? Auch. Und Bretter. Sehr gut. Blätter und Bretter. Ich glaub, den Zaun hätt ich gut gebrauchen können. Wir brauchen noch... Ach, scheiße. Jetzt hab ich die Gummireifen verschwendet, ne? Davon gibt's nie zu wenig. Komm, gehen wir erstmal aus damit. Wir pflanzen erstmal ein bisschen was. Wir können ja mal unterwegs noch das Zeug sammeln. So ist er nicht. Okay. Wir haben nur noch einen. Na gut. Entschuldigung. Okay. Ähm. 10% Damage Received. Blocks 15% glaub ich. Okay, sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal da oben hin, dann da hin, dann da hin. Wir machen einmal so ein, äh, im Uhrzeigersinn, okay? Ähm. Ist das ein Dosen-Steinkreis? Was ist, was ist hier los? Was auch immer das bringt, Mögel. Oh. Kurtz, Fields, Charles, Fairwood. Wunderbar. Nein, ich will hier nix sehen. Sehe ich aus. Ah. Reifen, Reifen, Reifen. Nichts, da, Freundchen. Du hast auch nochmal einen Reifen. Reifen. Reifen, Reifen. Reifen. Nicht die blöde Tür. Ach, guck mal, das ist eine Kiste. Sehr gut, sehr gut. Darauf habe ich gehofft. Sehr gut. Sehr gut. So. So. Zack, zack. Aber nicht schlafen, nein. Sieben von zehn, Light in Compass. Achso, das sind aber die Achieve. Ich dachte, das ist irgendwie... Vielleicht gibt es ja auch nur zehn. Das glaube ich jetzt nicht, aber das wäre ja was. Mal abgeben. Dann müssen wir auch die Bären da auch sammeln. Greenplantproducer speak edible leaves that are usable... Für irgendwas. Warte, ich werde zehn Jahre brauchen, bis ich... Oh, scheiße. Oh, Mann. Nein, nicht heilen! Nein, heil dich doch nicht! Oh, Gott. Das ist für ein Trottel. Schnell sch... Oh, sehr gut. Schlafen. Mist, eine Zombie ist aber noch da. Reifen, Reifen. Das kann auch... Nein, nein, nein. Okay. Meine Güte. Okay, Leute. Ich muss jetzt sowieso mal aufhören. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder nächste Folge bei Dismetal. Und bis dann, wie immer. Haut rein, Leute. Und bis dann, wie immer.